Nathaniel Als Nathaniel zehn war, saß er eines schönen Sommertags mit seiner Zeichenlehrerin draußen auf der Steinbank und skizzierte den Kastanienbaum im Nachbargarten. Die Sonne brannte auf die roten Ziegel. Eine grau getigerte Katze regelte sich auf der Mauer und ließ träge ihren Schwanz baumeln. Eine sanfte Brise strich durch die Blätter und trug schwachen Rhododendornduft herüber. Das Moos auf der Statue des Mannes mit dem Donnerkeil leuchtete in sattem Grün und die Insekten summten. Dieser Tag veränderte sein Leben. Geduld, Nathaniel! Das sagen sie jedes Mal, Miss Luthiens. Und ich werde es bestimmt noch öfter sagen. Du bist viel zu ungeduldig. Das ist dein größter Fehler. Verärgert schraffierte Nathaniel eine Schattenpartie. Aber es ist so gemein, wetterte er. Nie lässt er mich irgendwas ausprobieren. Ich darf immer nur die Kerzen und das Räucherwerk und den ganzen anderen Kram hinstellen. Und das kann ich inzwischen im Schlaf. Ich darf sie nicht mal ansprechen. Das ist auch gut so, sagte Miss Luthiens bestimmt. Und denk dran, ich möchte weiche Schatten, keine harten Linien. Das ist doch albern. Nathaniel verzog das Gesicht. Er hat keine Ahnung, was ich schon alles kann. Ich habe alle Bücher gelesen und... Wirklich alle? Naja, alle aus dem kleinen Regal. Und er hat gesagt, damit hätte ich zu tun, bis ich zwölf bin. Ich bin noch nicht mal elf Miss Luthiens und kann schon die meisten Beschwörungsformeln auswendig. Wenn er für mich einen Dschinn beschwören würde, könnte ich ihm einen Befehl erteilen. Aber er lässt es mich ja nicht mal versuchen. Ich weiß nicht, was mich mehr an dir stört, Nathaniel. Deine Prallerei oder deine Gereiztheit. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber, was du alles nicht hast. Genieße lieber, was du hast. Zum Beispiel den Garten. Es war eine gute Idee von dir, den Unterricht heute draußen abzuhalten. Ich komme her, so oft ich kann. Hier kann man gut nachdenken. Das kann ich verstehen. Es ist zufriedlich und man ist ungestört. Und das ist in einer Stadt wie London selten. Also sei dankbar dafür. Er hier leistet mir Gesellschaft. Nathaniel zeigte auf die Statue. Ich mag ihn gern, obwohl ich nicht mal weiß, wer er ist. Der da? Miss Luthiens blickte von ihrem Skizzenblock auf, zeichnete aber weiter. Das ist Gladstone. Wer? Gladstone. Du hast bestimmt schon von ihm gehört. Nimmt Mr. Purcell mit dir nicht neuere Geschichte durch? Wir haben uns mit zeitgenössischer Politik beschäftigt. Zu modern. Gladstone ist schon über 100 Jahre tot. Er war die bedeutendste Persönlichkeit seiner Zeit. Überall im ganzen Land stehen Standbilder von ihm. Und das zu Recht, was dich betrifft. Du hast ihm nämlich viel zu verdanken. Wieso? fragte Nathaniel verdutzt. Er war der mächtigste Zauberer, der jemals Premierminister wurde. Er gab im viktorianischen Zeitalter 30 Jahre lang den Ton an und vereinte die zerstrittenen Magierfraktionen unter seiner Regierung. Bestimmt hast du schon von seinem Duell mit dem Hexenmeister Disraeli auf dem Westminster Green gehört. Nein? Du solltest mal hingehen. Die verbrannten Stellen sind immer noch zu sehen. Gladstone war für seine außerordentliche Tatkraft bekannt. Und wenn es hart auf hart kam, bewies er unerschütterliche Zähigkeit. Er gab niemals auf, auch nicht, wenn alles ausweglos schien. Mann, oh Mann! Nathaniel betrachtete das ernste Gesicht unter der Mooshaube. Der Steinmann wog den Donnerkeil lässig und siegesgewiss in der Hand, bereit, ihn jederzeit zu schleudern. Wie kam es denn zu dem Duell Miss Luthiens? Ich glaube, Disraeli hatte eine ungebührliche Bemerkung über eine Freundin von Gladstone gemacht. Das hätte er besser bleiben lassen. Gladstone ließ seine Ehre von niemandem in den Schmutz ziehen, und die seiner Freunde auch nicht. Wie gesagt, er war sehr mächtig und forderte jeden zum Kampf heraus, der ihn beleidigte. Sie pustete den Kohlenstaub von ihrer Zeichnung und hielt sie kritisch hoch. Gladstone hat sich mehr als jeder andere darum verdient gemacht, dass London in magischer Hinsicht so bedeutend wurde. Damals war noch Prag die einflussreichste Stadt der Welt, aber ihre Blütezeit war längst vorbei. Prag war alt und dekadent, und die Zauberer dort zankten sich in den verfallenen Gassen des Ghettos. Gladstone stand für neue Ideale, neue Ziele. Er holte viele ausländische Zauberer in die Stadt, indem er bestimmte magische Reliquien erwarb. Auf einmal war London in Mode. Und dabei ist es geblieben, im Guten wie im Schlechten. Wie gesagt, du kannst ihm dankbar sein. Nathaniel blickte sie an. Wie meinen Sie das, im Guten wie im Schlechten? Was soll denn daran schlecht sein? Miss Luthiens schürzte die Lippen. Das gegenwärtige System sorgt sehr gut für Zauberer und einige wenige, die in ihrem Kielwasser schwimmen. Allen anderen geht es nicht besonders gut. Aber nun lass sehen, ob du mit deiner Skizze weitergekommen bist. Etwas in ihrem Tonfall erregte Nathaniels Unwillen. Er musste an seinen Unterricht bei Mr. Purcell denken. Sie sollten nicht so über die Regierung sprechen, sagte er. Ohne Zauberer wäre das Land schutzlos. Dann hätten die Gewöhnlichen das Sagen und im Handumdrehen würde alles zusammenbrechen. Die Zauberer opfern der Sicherheit des Landes ihr Leben. Das dürfen sie nicht vergessen, Miss Luthiens. Bestimmt bringst du viele schwere Opfer, wenn du mal groß bist, Nathaniel. Miss Luthiens Ton war schärfer als sonst. Aber nicht überall gibt es Zauberer. Viele Länder kommen recht gut ohne sie aus. Sie scheinen ja viel davon zu verstehen. Für eine kleine Zeichenlehrerin? Das überrascht dich wohl. Naja, schließlich sind sie bloß eine gewöhnliche. Nathaniel unterbrach sich und wurde rot. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht ganz recht, sagte Miss Luthiens kurz angebunden. Ich bin eine gewöhnliche. Aber Zauberer besitzen kein Wissensmonopol. Weit gefehlt. Außerdem sind Wissen und Klugheit nicht dasselbe. Aber das wirst du schon noch selber merken. Eine Weile widmeten sie sich wieder schweigend Papier- und Zeichenkohle. Die Katze auf der Mauer schlug faul mit der Pfote nach einer Wespe. Schließlich brach Nathaniel das Schweigen. Wollten Sie denn keine Zauberin werden, Miss Luthiens? fragte er schüchtern. Sie lachte kurz auf. Dieses Privileg wurde mir nicht zuteil, sagte sie. Nein, ich bin nur Kunstlehrerin und ganz zufrieden damit. Nathaniel versuchte es noch einmal. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht hierher kommen? Ich meine, zu mir. Ich unterrichte natürlich andere Schüler. Was dachtest du denn, dass ich zu Hause sitze und Däumchen drehe? Dafür bezahlt mich Mr. Underwood leider nicht gut genug. Ich muss arbeiten. Aha. Nathaniel war nie auf den Gedanken gekommen, dass Miss Luthiens noch andere Schüler haben könnte. Aus irgendeinem Grund verursachte ihm diese Erkenntnis ein flaues Gefühl im Magen. Vielleicht spürte Miss Luthiens das, denn nach einer kurzen Pause ergriff sie wieder das Wort, diesmal weniger unterkühlt. Wie auch immer, sagte sie. Ich freue mich sehr auf unsere Stunden. Sie gehören zu den Höhepunkten meiner Arbeitswoche. Ich bin gern mit dir zusammen, auch wenn du immer noch zur Ungeduld neigst, weil du alles schon zu wissen glaubst. Also mach wieder ein fröhliches Gesicht und zeig mir, wie du mit dem Baum vorangekommen bist. Nach einer kurzen Erörterung künstlerischer Fragen verlief die Unterhaltung wieder in gewohnt friedlichen Bahnen. Doch kurz darauf wurde die Zeichenstunde unerwartet unterbrochen, als Mrs. Underwood auftauchte. Die Frau des Zauberers war in heller Aufregung. Nathaniel, rief sie. Da bist du ja. Miss Luthiens und Nathaniel erhoben sich höflich. Ich hab dich überall gesucht, mein Lieber, sagte Mrs. Underwood schwer atmend. Ich dachte, ihr wärt im Schulzimmer. Tut mir leid, Mrs. Underwood, setzte Miss Luthiens an. Es ist so ein schöner Tag und da... Ach, das macht doch nichts. Das ist schon in Ordnung. Aber mein Mann braucht Nathaniel und zwar ganz dringend. Er hat Besuch bekommen und möchte den Gästen den Jungen vorstellen. Da hörst du's, sagte Miss Luthiens leise, als sie eilig durch den Garten zum Haus zurückging. Mr. Underwood unterschätzt dich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er muss sehr zufrieden mit dir sein, wenn er dich anderen Zauberern vorstellt. Er will Eindruck mit dir machen. Nathaniel lächelte gequält, sagte aber nichts. Bei dem Gedanken an ein Zusammentreffen mit anderen Zauberern wurde ihm mulmig. All die Jahre, die er nun schon in diesem Haus wohnte, hatte man ihm noch nie erlaubt, die Kollegen seines Meisters, die gelegentlich hereinschauten, kennenzulernen. Jedes Mal hatte man ihn auf sein Zimmer geschickt oder mit seinen Lehrern nach oben verfrachtet, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Das hier war eine neue, aufregende Entwicklung, wenn auch eine ziemlich beängstigende. Nathaniel stellte sich einen Raum voller, hochgewachsener, mächtiger Männer mit Denkerstirnen und rauschenden Gewändern vor, die ihn über ihre struppigen Bärte hinweg anstarrten. Bei der bloßen Vorstellung bekam er ganz weiche Knie. Sie sind im Salon, sagte Mrs. Underwood, als sie die Küche betraten. Lass dich mal anschauen. Sie leckte den Finger an und entfernte hastig einen Kohlenstrich von Nathaniels Schläfe. Einigermaßen präsentabel. Nun geh schon. Das Zimmer war tatsächlich voll, so weit hatte er recht gehabt. Die Körperwärme der vielen Leute, der Dampf aus den Teetassen und das Gemurmel bemühter Konversation schlugen Nathaniel wie eine Welle entgegen. Doch als er die Tür hinter sich geschlossen hatte und quer durchs Zimmer auf den einzigen noch freien Platz im Schutz einer reich geschnitzten Anrichte zugesteuert war, hatten sich seine hochtrabenden Vorstellungen von einer Versammlung bedeutender Männer bereits verflüchtigt. Sie sahen einfach nicht so aus. Kein einziger trug einen Umhang. Auch Bärte waren eher selten vertreten und die wenigen Exemplare waren nicht halb so eindrucksvoll wie der Bart seines Meisters. Die meisten Besucher trugen langweilige Anzüge und noch langweiligere Schlipse. Nur wenige hatten gewagte Ergänzungen zu bieten, etwa eine graue Weste oder ein aus der Brusttasche hervorragendes Ziertuch. Sämtliche Anwesenden trugen schwarze, glänzende Schuhe. Nathaniel kam sich vor, als wäre er versehentlich auf der Betriebsfeier eines Beerdigungsunternehmens gelandet. Keiner der Besucher hatte auch nur entfernte Ähnlichkeit mit Gladstone, weder was die Ausstrahlung noch was das Auftreten anging. Manche waren klein, andere alt und grießgrämig und mehr als einer hatte einen bedenklichen Bauchansatz. Sie unterhielten sich mit ernsten Minen, nippten an ihren Teetassen und knabberten krümelige Kekse. Keiner erhob die Stimme über das allgemeine gedämpfte Gebrabbel. Nathaniel war schwer enttäuscht. Er vergrub die Hände in den Hosentaschen und atmete tief durch. Sein Meister schob sich durch das Gedränge, schüttelte rechts und links Hände und stieß ab und zu ein kurzes blendendes Lachen aus, wenn einer der Gäste eine Bemerkung machte, die er für scherzhaft hielt. Als er Nathaniel erblickte, winkte er ihn heran. Nathaniel zwängte sich zwischen einem Tee-Tablett und einem vorgewölbten Bauch hindurch. Das ist der Junge, sagte der Zauberer schroff und klopfte Nathaniel unbeholfen auf die Schulter. Drei Männer blickten auf ihn herab. Der eine war alt und weißhaarig, sein rotes, runzliges Gesicht erinnerte an eine getrocknete Tomate. Der zweite war mittleren Alters, hatte ein teigiges Gesicht mit wasserblauen Augen und seine Haut sah so kalt und feucht aus wie ein toter Fisch. Der dritte war der jüngste und attraktivste. Er hatte mit Gel zurückgekämmtes Haar, eine runde Brille und strahlend weiße Zähne groß wie Klaviertasten. Nathaniel blickte die drei Fremden stumm an. Sieht nicht besonders gut aus, sagte der fischige Mann, zog die Nase hoch und schluckte etwas herunter. Er lernt langsam, erwiderte Nathaniels Meister, der Nathaniel immer noch zerstreut die Schulter tätschelte, was darauf hindeutete, dass er sich unwohl fühlte. Langsam, hä? wiederholte der alte Mann. Er sprach mit einem so starken Akzent, dass Nathaniel ihn kaum verstand. Ja, ja, so sind manche Jungen halt. Da muss man Geduld haben. Schlagen Sie ihn? fragte der Fischige. Selten. Sollten Sie aber Schläge fördern das Denkvermögen. Wie alt bist du, Junge? fragte der Jüngere. Zehn, Sir, antwortete Nathaniel höflich. Im November... Wird noch Jahre dauern, bis er ihn zur Hand gehen kann, Underwood. Der Besucher überging Nathaniel, als wäre er überhaupt nicht da. Kostet vermutlich ein Vermögen, was? Sie meinen Unterkunft und Verpflegung? Allerdings. Ich wette, er futtert auch noch wie ein Scheunendrescher. Gefräß, Ihre, sagte der alte Mann und nickte teilnahmsvoll. Ja, ja, so sind manche Jungen halt. Nathaniel hörte mit mühsam unterdrückter Empörung zu. Ich bin nicht gefräßig, Sir, sagte er in seinem höflichsten Ton. Der Blick des alten Mannes streifte ihn flüchtig und wanderte dann weiter, als hätte er ihn gar nicht gehört. Doch die Hand seines Meisters krallte sich schmerzhaft in seine Schulter. Na schön, Junge, du kannst jetzt wieder zu deinem Unterricht zurückgehen, sagte er. Lauf! Nathaniel war heilfroh, dass er wieder verschwinden durfte. Doch gerade, als er sich davon stehlen wollte, hob der junge Zauberer mit der Brille die Hand. Wie ich höre, hast du einen Mund zum Reden, Junge, sagte er. Hast keine falsche Scheu vor Respektpersonen. Nathaniel blieb stumm. Oder sind wir für dich etwa keine Respektperson. Der Mann sagte es leicht hin, doch der scharfe Unterton war unmissverständlich. Nathaniel merkte sofort, dass es hier nicht um ihn ging, sondern dass ihn der junge Zauberer nur benutzte, um seinen Meister zu provozieren. Er hatte das Gefühl, dass man von ihm eine Antwort erwartete, war jedoch von der Frage selbst so verwirrt, dass er nicht wusste, ob er Ja oder Nein sagen sollte. Der junge Mann fasste sein Schweigen falsch auf. Der Kleine hält sich wohl für was Besseres, dass er jetzt überhaupt nicht mehr mit uns spricht, meinte er grinsend zu seinen beiden Kollegen. Der fischige Kich hatte feucht hinter vorgehaltener Hand und der Alte mit dem roten Gesicht schüttelte den Kopf. Tja, sagte er. Nun lauf schon, Junge, wiederholte Nathaniels Meister. Augenblick noch, Underwood, sagte der Jüngere mit breitem Grinsen. Vorher möchten wir gern noch sehen, was sie dem Bürschchen schon alles beigebracht haben. Das wird bestimmt lustig. Komm mal her, Kleiner. Nathaniel schaute seinen Meister an, doch der wich seinen Blick aus. Langsam und widerstrebend ging der Lehrling zu den drei Besuchern zurück. Der junge Mann schnippte plötzlich mit den Fingern und sprach rasend schnell. Wie viele klassifizierte Geister gibt es? 13.046, Sir, antwortete Nathaniel wie aus der Pistole geschossen. Und nicht klassifizierte? Petronius nennt 45.000, Savatini 48.000, Sir. Wie ist der Modus Apparendi der katharischen Untergruppe? Die Geister erscheinen als schreiende Säuglinge, Sir, oder als Doppelgänger des Zauberers in seiner Jugend. Wie soll man sie züchtigen? Man lässt sie einen Bottich Eselsmilch austrinken. Hm, was für Vorsichtsmusnah muss man bei der Beschwörung eines Basilisken treffen? Man muss eine Spiegelbrille aufsetzen, Sir, und auch das Pentagramm auf zwei Seiten mit Spiegeln umstellen, um den Basilisken dazu zu zwingen, in die verbleibende Richtung zu schauen, wo ihn schriftliche Anweisungen erwarten. Nathaniel gewann an Selbstvertrauen. Derlei Kleinigkeiten hat er sich schon lange eingeprägt und erfreute sich, dass sich der junge Mann über seine unfehlbar korrekten Antworten ärgerte. Sein Erfolg hatte auch das Gekicher des Fischigen abgewürgt und der Alte, der mit schiefgelegtem Kopf zugehört hatte, hatte sogar ein- oder zweimal widerstrebend genickt. Nathaniel sah, dass sein Meister selbstgefällig lächelte. Sie brauchen sich gar nichts darauf einzubilden, dachte Nathaniel wütend. Ich habe mir das alles selber angelesen. Sie haben mir bis jetzt kaum etwas beigebracht. Zum ersten Mal entstand eine kurze Unterbrechung in Fragebombardement des jungen Mannes. Er schien nachzudenken. Nun gut, sagte er schließlich und sprach plötzlich viel langsamer, wobei er jedes Wort genüsslich auskostete. Wie lauten die sechs Beschwörungsworte? In welcher Sprache ist mir gleich? Arthur Underwood protestierte aufgebracht. Das ist nicht fair, Simon! Das kann er jetzt noch gar nicht wissen! Doch Nathaniel setzte bereits zu einer Antwort an. Die gewünschte Formel kam in mehreren Büchern aus des Meisters großem Regal vor, in dem Nathaniel bereits seit geraumer Zeit herumschmökerte. »Apare!« »Apare!« »Mane!« »Asculta!« »Serdede!« »Apare!« 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 Siegessicher« Siegessicher suchte er nach dem letzten Wort den Blick des jungen Zauberers. Die Zuhörer murmelten anerkennend und auf dem Gesicht seines Meisters lag jetzt ein unverhohlenes Grinsen. Der Fischige hob die Augenbrauen und der Alte schnitt eine Grimasse und formte mit den Lippen ein stummes »Bravo!« Nur der junge Prüfer zuckte abfällig die Achseln, als handelte es sich um einen reinen Zufallstreffer. Er sah so herablassend aus, dass Nathaniels Befriedigung in glühenden Zorn umschlug. »Die Anforderungen müssen wirklich sehr gesunken sein«, sagte der junge Zauberer, zog ein Taschentuch heraus und wischte sich einen imaginären Fleck vom Ärmel. »Dass ein begriffsstutziger Lehrling schon Beifall erntet, wenn er etwas daherplappert, dass wir alle mit der Muttermilch eingesogen haben. »Sie sind bloß ein schlechter Verlierer«, sagte Nathaniel. Einen Augenblick herrschte Totenstille. Dann blaffte der junge Mann ein Wort und Nathaniel spürte, wie sich etwas Kleines, Kompaktes schwer auf seinen Schultern niederließ. Er schrie vor Schmerz auf, als sich unsichtbare Hände in sein Haar kreipten und ihm brutal den Kopf in den Nacken rissen, sodass er an die Decke starrte. Er wollte die Arme heben, konnte sie jedoch nicht bewegen, da sie von einem scheußlichen Muskelstrang, der sich wie eine riesige Zunge um ihn herumwickelte, an beiden Seiten festgehalten wurden. Außer der Zimmerdecke konnte er nichts sehen. Zierliche Finger kitzelten seinen entblößten Hals mit grausamer Raffinesse, und er rief in panischer Angst nach seinem Meister. Jemand trat zu ihm, aber es war nicht sein Meister. Es war der junge Zauberer. Na, du unverschämter Rotzlümel, sagte er leise. Was machst du jetzt? Kannst dich befreien? Nein. Na, sowas. Du bist hilflos. Du kennst vielleicht ein paar Formeln, aber du kannst überhaupt nichts. Vielleicht lehrt dich das, wie gefährlich es ist, wenn man frech ist, aber zu schwach, um sich zu wehren. Und jetzt verschwinde. Etwas kicherte Nathaniel ins Ohr und stieß sich mit kräftigen Beinen von seinen Schultern ab. Im selben Moment kamen auch seine Arme wieder frei. Der Kopf fiel ihm auf die Brust und Tränen quollen ihm aus den Augen. Der Schmerz hatte sie hervorgebracht, doch Nathaniel fürchtete, wie ein greinender Jammerlappen auszusehen. Er trocknete sich mit dem Ärmel das Gesicht. Im Zimmer war es still. Die Zauberer hatten ihre Gespräche eingestellt und alle sahen zu ihm her. Nathaniel schaute zu seinem Meister herüber, flehte ihn stumm um Hilfe oder Unterstützung an, doch Arthur Underwoods Augen funkelten vor Zorn, der sich gegen seinen Lehrling zu richten schien. Nathaniel erwiderte den Blick verständnislos. Dann drehte er sich um, ging durch die schweigende Gasse, die sich vor ihm auftat, zur Tür, öffnete sie, und trat auf den Korridor hinaus. Leise und vorsichtig schloss er die Tür hinter sich und stieg mit kalt-weißem, ausdruckslosem Gesicht die Treppe hinauf. Auf dem Weg nach oben kam ihm Mrs. Underwood entgegen. »Na, wie war's, mein Lieber?« erkundigte sie sich. »Hast du einen guten Eindruck gemacht?« »Äh, stimmt was nicht?« Nathaniel konnte sie vor Kummer und Scham nicht ansehen. Er wollte schon an ihr vorbeigehen, ohne zu antworten, blieb jedoch im letzten Moment stehen. »Es ist alles gut gegangen,« log er. »Wissen Sie zufällig, wer der Zauberer mit der kleinen Brille und den großen Zähnen ist?« Mrs. Underwood runzelte die Stirn. »Hm, das muss Simon Lovelace sein, der stellvertretende Handelsminister. Der hat wirklich eindrucksvolle Beißerchen, nicht wahr? Soll aber eine kommende Größe sein. Hast du seine Bekanntschaft gemacht?« »Ja.« »Du kannst überhaupt nichts.« »Ist doch bestimmt alles in Ordnung. Du siehst ja so blass aus.« »Doch, doch. Vielen Dank, Mrs. Underwood. Ich gehe jetzt nach oben.« »Miss Lutjens wartet im Schulzimmer auf dich.« »Du bist hilflos.« »Ich gehe gleich hin, Mrs. Underwood.« Nathaniel ging nicht ins Schulzimmer. Zielstrebig marschierte er ins Labor seines Meisters, wo der Staub auf den schmutzigen Flaschen im Sonnenlicht schimmerte und den konservierten Inhalt verbarg. Nathaniel ging an dem zerschrammten Tisch vorbei, auf dem noch die Zeichnungen herumlagen, an denen er am vergangenen Tag gearbeitet hatte. »Du bist zu schwach, um dich zu wehren.« Er blieb stehen und griff nach einem kleinen Glas Glasbehälter, in dem sechs winzige Geschöpfe schwirrten und summten. »Das werden wir ja sehen.« Dann ging er entschlossenen Schrittes zum Wandschrank und öffnete eine Schublade. Sie war so verzogen, dass sie stecken blieb und er das Glaskästchen vorsichtig auf dem Tisch abstellen musste, bevor er die Schublade mit kräftigem Rucken ganz herausziehen konnte. Darin lag unter einem Haufen anderer Werkzeuge ein kleiner Stahlhammer. Nathaniel nahm ihn heraus, schnappte sich das Kästchen, ließ die Schublade halboffen stehen und verließ das sonnige Labor. Auf dem kühlen, schattigen Treppenabsatz sagte er sich stumm die Beschwörungsworte vor. Die sechs Stechlinge rumorten voller Vorfreude in ihrem Glasbehälter und das Kästchen vibrierte in seinen Händen. »Du kannst überhaupt nichts.« Die Gesellschaft löste sich soeben auf. Die Tür öffnete sich und die ersten Zauberer kamen grüppchenweise heraus. Underwood brachte sie zur Haustür. Man wechselte höfliche Worte und verabschiedete sich. Niemand bemerkte den blassen Jungen, der von der Treppe aus zuschaute. Man musste den Namen nach den ersten drei Befehlen nennen, aber vor dem letzten. Es war eigentlich nicht schwer, vorausgesetzt man verhaspelte sich nicht bei den kürzeren Silben. Noch einmal ging Nathaniel den Spruch stumm durch. Ja, er beherrschte ihn. Weitere Zauberer traten aus dem Salon. Nathaniel hatte eiskalte Hände. Auf dem Glasbehälter bildete sich ein dünner Schweißfilm. Jetzt kamen der junge Zauberer und seine beiden Kollegen herausgeschlendert. Sie unterhielten sich angeregt, lachten über eine Bemerkung des Fischigen. Gemächlich näherten sie sich Nathaniels Meister, der an der Haustür stand. Nathaniels Finger schlossen sich fester um den Hammerstiel. Er hielt das Glaskästchen mit ausgestrecktem Arm von sich weg. Es bebte förmlich. Der alte Mann schüttelte Mr. Underwood die Hand. Der junge Zauberer war als nächster an der Reihe, schaute aber schon auf die Straße hinaus, als könnte er es kaum abwarten zu gehen. Mit lauter Stimme sprach Nathaniel die ersten drei Befehle, nannte Simon Lovelays Namen und beendete die Formel. Dann zerschlug er das Kästchen. Ein klirrendes Krachen. Ein zorniges Brummen. Glassplitter regneten auf den Treppenläufer. Die sechs Stechlinge schossen aus ihrem Gefängnis und sausten mit gierig gereckten Stacheln herab. Die Zauberer hatten kaum Zeit aufzublicken, da waren die Stechlinge schon über ihnen. Drei davon steuerten schnurstracks auf Simon Lovelays Gesicht zu. Der Zauberer machte eine rasche Handbewegung und die kleinen Angreifer gingen in Flammen auf und trudelten gegen die Wand, wo sie zerplatzten. Die drei anderen Stechlinge führten ihren Auftrag nicht korrekt aus. Zwei stürzten sich auf den Fischigen mit dem Teiggesicht, der mit einem Aufschrei zurücktaumelte, über die Türschwelle stolperte und auf den Gartenweg plumpste. Immer wieder stießen die Stechlinge auf der Suche nach nackter Haut auf ihn nieder. Er wedelte verzweifelt mit den Armen vor dem Gesicht herum, aber das half nicht viel. Die Stachel fanden ihr Ziel und jeder Treffer wurde von einem schmerzlichen Aufjaulen begleitet. Der letzte Stechling flog mit großer Geschwindigkeit auf den alten zu. Der schien sich nicht zu rühren, doch dicht vor seinem Gesicht bremste der Stechling plötzlich, überschlug sich und machte unvermittelt kehrt. Dann trudelte er hilflos zu Boden und landete vor Simon Lovelays, der ihn mit dem Absatz zertrat. Arthur Underwood hatte das Geschehen entsetzt verfolgt. Jetzt gab er sich einen Ruck, trat über die Schwelle in den Vorgarten, wo sich sein Gast im Blumenbeet wälzte und klatschte laut in die Hände. Die beiden kampflustigen Stechlinge fielen betäubt zu Boden. Diesen Moment nutzte Nathaniel, um sich unauffällig zurückzuziehen. Er verdrückte sich ins Schulzimmer, wo Miss Luthiens am Tisch saß und in einer Zeitschrift blätterte. Als er eintrat, lächelte sie ihn an. Na, wie ist es gelaufen? Von ihr oben hört es sich ja wie eine richtige Party an. Jedenfalls habe ich mitbekommen, wie jemand ein Glas zerschlagen hat. Nathaniel schwieg. Vor seinem inneren Auge zerplatzten die drei Stechlinge an der Wand. Er fing an zu zittern. Ob aus Angst oder Wut und Enttäuschung wusste er selbst nicht. Miss Luthiens sprang sofort auf. Komm her, Nathaniel. Was hast du denn? Du siehst ganz krank aus, du zitterst ja. Sie legte den Arm um ihn und bettete seinen Kopf sanft an ihre Schulter. Nathaniel schloss die Augen. Sein Gesicht brannte und ihm war abwechselnd heiß und kalt. Miss Luthiens redete immer noch auf ihn ein, aber er konnte nicht antworten. Da flog die Tür auf. Simon Lovelace stand mit blitzenden Brillengläsern auf der Schwelle und stieß einen Befehl aus. Nathaniel wurde buchstäblich aus Miss Luthiens Armen gerissen und durch die Luft getragen. Einen Atemzug lang hing er auf halber Höhe zwischen Decke und Fußboden und hatte Gelegenheit, einen Blick auf die beiden anderen Zauberer zu erhaschen, die sich hinter ihrem Anführer drängten und auf seinen Meister, der ganz hinten stand. Nathaniel hörte Miss Luthiens etwas rufen, doch dann wurde er gewaltsam auf den Kopf gestellt. In seinen Ohren rauschte das Blut und übertönte alles andere. Kopf, Arme und Beine baumelten herab, sein Hinterteil ragte empor. Dann traf eine unsichtbare Hand oder ein unsichtbarer Stock seine Kehrseite. Er schrie auf, wandte sich und trat wild um sich. Die Hand schlug wieder zu, fester als beim ersten Mal. Und noch einmal. Lange bevor die unermüdliche Hand ihr Werk beendet hatte, hörte Nathaniel auf zu strampeln. Er hing schlaff in der Luft, spürte nur noch den stechenden Schmerz und die brennende Schmach. Dass Miss Luthiens Zeug in seiner Bestrafung wurde, war ihm unerträglich. Nathaniel wünschte sich inbrünstig tot zu sein, und er war unendlich dankbar, als es schließlich dunkel um ihn wurde und ihm die Sinne schwanden. Die Hände ließen ihn los, doch er war bewusstlos, ehe er auf dem Boden aufschlug. Nathaniel bekam einen vollen Monat Stubenarrest und musste eine Reihe weiterer Strafen und Einschränkungen erdulden. Sein Meister beschloss, nicht mehr mit ihm zu sprechen, und auch alle anderen Kontakte wurden unterbunden. Eine Ausnahme bildete nur Mrs. Underwood, die ihm sein Essen brachte und seinen Nachttopf lehrte. Nathaniel erhielt weder Unterricht, noch durfte er lesen. Er hockte den ganzen Tag in seiner Kammer und schaute über die Dächer von London zum fernen Parlamentsgebäude hinüber. Er wäre vor Einsamkeit durchgedreht, hätte er nicht unter dem Bett einen Kugelschreiber gefunden. Damit und mit ein paar alten Notizzetteln konnte er sich die Zeit ein wenig vertreiben, indem er den Ausblick aus seinem Fenster zeichnete. Als ihm das zu langweilig wurde, ging er dazu über, ausführliche Notizen und Listen auf die Zeichnungen zu kritzeln, die er eilig unter seiner Matratze schob, wenn er Schritte auf der Treppe hörte. Diese Notizen waren der erste Entwurf seines Racheplans. Zu Nathaniels großem Kummer war es auch Mrs. Underwood untersagt, mit ihm zu reden. Zwar glaubte er in ihrem Verhalten ein gewisses Mitgefühl zu spüren, doch das war nur ein schwacher Trost. Er zog sich in sich zurück und sprach sie auch nicht mehr an, wenn sie hereinkam. So erfuhr er erst einen Monat später, als der Stubenarrest zu Ende war und der Unterricht wieder aufgenommen wurde, dass Miss Luthiens entlassen war. Den ganzen langen, feuchten Herbst über zog sich Nathaniel so oft er konnte in den Garten zurück. Bei schönem Wetter nahm er sich ein paar Bücher aus dem Regal seines Meisters mit und verschlang den Inhalt mit unersättlicher Wissbegier, während um ihn herum welke Blätter auf die Steinbank und den Rasen regneten. An niesligen Tagen saß er einfach nur da und betrachtete die tropfenden Büsche und seine Gedanken wanderten unablässig auf ihre gewohnten Bahn von Verbitterung und Rachedurst. Mit seinen Studien kam er rasch voran, denn der Hass beflügelte ihn. Die Beschwörungsrieten, die Formeln, mit denen sich ein Zauberer während der Aufrufung schützen konnte, die Befehle, die einen ungehorsamen Dämon bestraften oder im Nu verscheuchten, Nathaniel lernte sie alle auswendig. Wenn er auf eine schwierige Stelle stieß, die zum Beispiel auf Samaritanisch oder Koptisch verfasst oder in verzwickten Runen verschlüsselt war und zu verzweifeln drohte, brauchte er nur zu Gladstones graugrüner Staatruhe aufzublicken, um seine Entschlossenheit wiederzufinden. Gladstone hatte sich an jedem gerecht, der ihm Unrecht getan hatte. Er hatte seine Ehre verteidigt und wurde dafür allgemein bewundert. Nathaniel hatte sich vorgenommen, ihm nachzueifern, doch inzwischen ließ er sich nicht mehr von seiner Ungeduld hinreißen, sondern setzte sie viel mehr bewusst als Ansporn ein. Wenn er aus dem Vorgefallenen eine schmerzhafte Lektion gelernt hatte, dann die, dass es unklug war, vorschnell zu handeln. Also arbeitete er lange, viele einsame Monate unermüdlich auf sein vordringliches Ziel hin. Simon Lovelace zu demütigen. In den Geschichtsbüchern fanden sich unzählige Episoden, in denen rivalisierende Zauberer einander bekämpft hatten. Manchmal hatte der mächtigere Magier gewonnen, nicht selten war er jedoch mit List und Tücke besiegt worden. Nathaniel hatte keineswegs vor, seinen gefährlichen Gegner offen herauszufordern. Jedenfalls nicht, bevor er nicht selbst über größere Zauberkräfte verfügte. Er wollte Lovelace auf andere Weise zu Fall bringen. Der reguläre Unterricht war für ihn jetzt nur noch lästige Zeitverschwendung. Als seine Stunden wieder aufgenommen wurden, legte sich Nathaniel eine reumütige, gehorsame Fassade zu, die Arthur Underwood davon überzeugen sollte, dass er sich seines Vergehens inzwischen furchtbar schämte. Diese Maske ließ Nathaniel nie fallen, nicht einmal dann, wenn ihm sein Meister im Labor die langweiligsten und banalsten Aufgaben abverlangte. Wenn ihn der Zauberer wegen eines geringfügigen Fehlers rügte, gestattete sich Nathaniel nicht einmal flüchtig das Gesicht zu verziehen. Er senkte nur den Kopf und beeilte sich, sein Irrtum zu korrigieren. Nach außen hin war er der perfekte Lehrling, der den Wünschen seines Meisters in jeder Hinsicht nachkam und sich seine Ungeduld über das Schneckentempo, in dem die Ausbildung voranschritt, niemals anmerken ließ. Der wahre Grund dafür war, dass Nathaniel Arthur Underwood nicht mehr als seinen eigentlichen Meister betrachtete. Seine Meister waren jetzt die alten Magier, die durch die Bücher zu ihm sprachen, ihm sein eigenes Lerntempo zugestanden und seinem Verstand eine schier unerschöpfliche Vielfalt von Wundern boten. Sie bevormundeten ihn nicht und ließen ihn auch nicht im Stich. Arthur Underwood hatte sein Anricht auf Nathaniels Gehorsam und Respekt in jenem Augenblick verwirkt, als er es unterlassen hatte, seinen Lehrling vor Simon Lovelays Sticheleien und tätlichen Übergriffen in Schutz zu nehmen. Nathaniel wusste, dass sich so etwas nicht gehörte. Jedem Zauberlehrling wurde beigebracht, dass sein Meister sozusagen Elternstelle an ihm vertrat. Er oder sie hatte den Lehrling zu beschützen, bis dieser alt genug war, selbst für sich einzustehen. Das hatte Arthur Underwood versäumt. Er hatte daneben gestanden und zugesehen, wie sein Lehrling zu Unrecht gedemütigt wurde. Erst im Salon, dann im Schlafzimmer. Und warum? Weil er ein Feigling war und sich vor Lovelays fürchtete. Und was noch schlimmer war, er hatte Miss Luthiens gefeuert. Aus den kurzen Gesprächen mit Mrs. Underwood hatte Nathaniel erfahren, dass Miss Luthiens nach besten Kräften versucht hatte, ihm zu helfen, als er kopfüber in der Luft hing und von Lovelays Kobold versohlt wurde. Offiziell hatte man sie wegen Befugnisüberschreitung und Impertinenz entlassen. Aber Mrs. Underwood deutete an, dass sie mit den Fäusten auf Mr. Lovelays losgegangen war und nur durch das Einschreiten seiner Kollegen daran gehindert werden konnte, ihn zu verprügeln. Diese Vorstellung versetzte Nathaniels Blut sogar noch heftiger in Wallung als seine eigene Demütigung. Miss Luthiens hatte ihn beschützen wollen und nur weil sie etwas getan hatte, was eigentlich Mr. Underwoods Pflicht gewesen wäre, hatte sein Meister sie fortgeschickt. Das würde ihm Nathaniel nie verzeihen. Nach Miss Luthiens Weggang war Mrs. Underwood der einzige Mensch, in dessen Gesellschaft sich Nathaniel wohlfühlte. Ihre Freundlichkeit versüßte ihm die arbeitsreichen Tage und war ein Ausgleich zu der kühlen Distanziertheit seines Meisters und der Gleichgültigkeit seiner Lehrer. Doch Nathaniel durfte die Frau seines Meisters nicht ins Vertrauen ziehen. Das war zu gefährlich. Um unangreifbar und unbesiegbar zu sein, musste man unerkannt wirken. Ein richtiger Zauberer behielt seine Absichten für sich. Nach ein paar Monaten erprobte Nathaniel seine neue Fähigkeiten zum ersten Mal. Er wollte einen niederen Dämon, einen unbedeutenden Kobold, beschwören. Das war durchaus nicht ungefährlich, denn auch wenn er zuversichtlich war, was die Beschwörungsformeln anging, so besaß er doch weder Kontaktlinsen zur Beobachtung der ersten drei Ebenen, noch hatte er inzwischen einen neuen, offiziellen Namen erhalten. Beides sollte er, so sein Meister, bekommen, wenn er mündig wurde. Doch so lange konnte Nathaniel nicht warten. Die Brille aus dem Labor sollte seinen Blick schärfen, und was den Namen betraf, so würde er dem Dämon keine Gelegenheit geben, seinen Geburtsnamen zu erfahren. Nathaniel stibitzte aus dem Labor seines Meisters einen Rest Bronzeblech und schnitt daraus mühevoll eine halbwegs runde Scheibe zurecht. Wochenlang polierte er sie, glättete sie und polierte sie erneut, bis sie im Kerzenlicht funkelte und sein Spiegelbild unverzerrt zurückwarf. Dann wartete er ab, bis an einem Wochenende sein Meister und Mrs. Underwood ausgegangen waren. Kaum war das Auto um die Ecke gebogen, machte sich Nathaniel an die Arbeit. Er rollte den Teppich in seinem Zimmer auf und malte mit Kreide zwei einfache Pentagramme auf die Dielen. Obwohl es im Zimmer kalt war, lief ihm der Schweiß herunter. Er zog die Vorhänge zu und zündete die Kerzen an. Zwischen die beiden Kreise stellte er ein Räuchergefäß mit zerkleinerten Ebereschen und Haselnussholz. Ein Gefäß reichte in diesem Fall, da der Kobold, den zu beschwören sich Nathaniel vorgenommen hatte, von schwacher und ängstlicher Natur war. Als alles bereit war, nahm Nathaniel die glänzende Metallschule und legte sie in die Mitte des Kreises, in dem der Dämon erscheinen sollte. Dann setzte er die Brille auf, zog einen zerlumpten Kittel über, der an der Labortür gehangen hatte, trat in seinen Kreis und begann mit der Beschwörung. Mit trockenem Mund sprach er die sechs Silben der Anrufung und rief den Geist mit Namen. Seine Stimme brach dabei ein bisschen und erst jetzt fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, sich ein Glas Wasser in den Kreis zu stellen. Er durfte auf keinen Fall auch nur ein einziges Wort falsch aussprechen. Er wartete, zählte flüsternd die neun Sekunden ab, die seine Stimme brauchte, um durch den leeren Raum an den anderen Ort zu gelangen. Dann zählte er die sieben Sekunden ab, die das Wesen brauchte, um seinen Namen zu vernehmen, und zum Schluss die drei Sekunden, die es dauerte, bis... Bis ein nackter Säugling über dem Bandkreis schwebte und mit Armen und Beinen fuchtelte, als ruderte er auf der Stelle. Er musterte seinen Beschwörer mit störrischen gelben Augen, schürzte dann einen kleinroten Mund und produzierte eine spöttische Spuckblase. Nathaniel sprach die Worte des Bindens. Der Säugling gurgelte zornig und gestikulierte protestierend mit den Patschehändchen, als seine Füße auf die schimmernde Scheibe niedergezogen wurden. Doch der Befehl war zu machtvoll. Als würde er in einen Abfluss gesogen, wurde der Säugling plötzlich zu einer langgezogenen Farbschliere, die sich spiralförmig abwärts wand und von der Scheibe verschluckt wurde. Nathaniel konnte gerade noch erkennen, wie sich das wutverzerrte Gesichtchen an der Metalloberfläche die Nase plattdrückte, bevor es verschwamm und die Scheibe sich erst trübte und dann wieder blank wurde. Nathaniel rezitierte mehrere Formeln, um die Scheibe zu sichern und auszuschließen, dass ihn der Kobold irgendwie übertöpelte. Aber alles war in Ordnung. Mit zitternden Knien trat er aus dem Kreis. Seine erste Beschwörung war erfolgreich verlaufen. Der gefangene Kobold war mürrisch und unverschämt, doch nachdem Nathaniel einen kleinen Zauber angewandt hatte, der in einem schwachen, elektrischen Schlag resultierte, konnte er ihn dazu bringen, ihm kurze Blicke auf Dinge zu gewähren, die sich in weiter Ferne ereigneten. Der Kobold war in der Lage, Unterhaltungen wiederzugeben, die er belauscht hatte, und sie auch optisch in der Scheibe abzubilden. Nathaniel versteckte seinen primitiven, aber wirkungsvollen Zauberspiegel unter den Ziegeln am Rand der Dachluke und erfuhr mit seiner Hilfe so manches Wissenswerte. Probehalber befahl er dem Kobold, ihm zu offenbaren, was sich im Arbeitszimmer seines Meisters ereignete. Nathaniel beobachtete Underwood einen ganzen Vormittag und stellte fest, dass der Zauberer die meiste Zeit am Telefon verbrachte, um sich über die politische Entwicklung auf dem Laufenden zu halten. Er schien von dem Gedanken besessen, dass seine Feinde im Parlament seinen Umsturz planten. Nathaniel fand das im Prinzip zwar interessant, im Detail jedoch eher langweilig und nahm schon bald davon Abstand, seinem Meister nachzuspionieren. Als nächstes beobachtete er Miss Luthiens aus der Ferne. Der Nebel auf der Scheibe waberte, verzog sich und mit Herzklopfen sah Nathaniel seine ehemalige Lehrerin wieder, so wie er sie in Erinnerung hatte, lächelnd, zeichnend und unterrichtend. Das Bild in der Scheibe wechselte und zeigte einen kleinen, zahnlückigen Zauberlehrling, der wie besessen auf seinen Zeichenblock kritzelte und Miss Luthiens ganz offensichtlich anbetete. Nathaniels Augen brannten vor Gram und Eifersucht. Mit erstickter Stimme befahl er, dem Bild zu verschwinden und knirschte mit den Zähnen, als der schadenfrohe Kobold in glucksendes Gelächter ausbrach. Danach wandte sich Nathaniel seinem eigentlichen Vorhaben zu. Eines Abends, es war schon spät, befahl er dem Kobold Simon Lovelace hinterher zu spionieren, musste jedoch verwirrt feststellen, dass stattdessen das Säuglingsgesicht in der polierten Scheibe erschien. Was willst du? schrie Nathaniel. Ich habe dir einen Auftrag erteilt. Gehorche! Der Säugling zog die Nase kraus und sprach mit verblüffend tiefer Stimme, Ist ne ziemlich heikle Kiste. Der Typ hat nen Schutzwall errichtet. Weiß nicht, ob ich da durchkomme. Könnte ordentlich Stopp aufwirbeln, sag ich mal. Nathaniel hob drohend die Hand. Soll das heißen, es ist unmöglich? Der Säugling wandte sich und streckte unschlüssig die Zungenspitze aus dem Mundwinkel, als leckte er alte Wunden. Unmöglich, würde ich nicht sagen. Bloß schwierig. Worauf wartest du dann noch? Der Säugling schnaufte und verschwand. Kurz darauf zeichnete sich ein flackerndes Bild in der Scheibe ab. Es verschwamm und hüpfte wie bei einem nicht richtig eingestellten Fernseher. Nathaniel fluchte. Er wollte schon den züchtigenden Strafstoß aussprechen, da überlegte er sich, dass der Kobold es vielleicht nicht besser hinbekam. Er beugte sich tief über die Scheibe und starrte auf die Szene, die sich seinem Blick darbot. Ein Mann saß am Tisch und tippte mit flinken Fingern in einen Laptop. Nathaniel kniff die Augen zusammen. Ja, es war Simon Lovelace. Der Kobold sah von der Decke auf ihn herunter und Nathaniel konnte den ganzen Raum überblicken, auch wenn seine Sicht wie durch ein Fischaugenobjektiv verzerrt war. Das Zimmer lag im Dunkeln und Lovelace Schreibtischlampe war die einzige Lichtquelle. Im Hintergrund waren dunkle, bis zum Boden reichende Vorhänge zu erkennen. Der Zauberer tippte. Er trug einen Smoking und hatte seine Fliege gelockert. Ab und zu kratzte er sich an der Nase. Plötzlich schob sich das Gesicht des Säuglings dazwischen. Mir reicht's jetzt, schniefte er. Ist doch öde. Und wie gesagt, wenn ich mich hier noch länger aufhalte, gibt's vielleicht Ärger. Du bleibst so lange, bis ich dich gehen lasse, knurrte Nathaniel. Er sprach eine Silbe und der Säugling kniff vor Schmerz die Augen zusammen. Oh, okay, okay. Wie kannst du bloß so gemein zu einem wehrlosen Kind sein, du Fiesling. Das pausbeckige Gesicht verschwand und das Zimmer erschien wieder. Lovelace saß immer noch da und tippte. Nathaniel hätte zu gern einen Blick auf die Papiere auf dem Schreibtisch geworfen, doch Zauberer umgaben sich oft mit Sensoren, die fremde Magie in ihrem Umfeld aufspürten. Es war nicht ratsam, sich zu dicht heranzuwagen. Nathaniel begnügte sich mit seinem Blickwinkel und er fuhr zusammen. Simon Lovelace war nicht allein im Zimmer. Jemand stand im Schatten neben den Vorhängen. Nathaniel hatte niemanden hereinkommen sehen und auch der Zauberer schien nichts bemerkt zu haben, denn er tippte noch immer und wandte dem eindringlichen den Rücken zu. Es war ein großer, kräftiger Mann in einem langen, ledernden Reiseumhang, der ihm fast bis zu den Stiefelsohlen reichte. Umhang und Stiefel waren abgetragen und ziemlich schmutzig. Das Gesicht des Mannes war von einem dichten, schwarzen Bart überwuchert, darüber saßen zwei funkelnde Augen. Etwas in ihrem Ausdruck ließ Nathaniel frösteln. Jetzt musste der Mann etwas gesagt oder ein Geräusch gemacht haben, denn Simon Lovelace zuckte zusammen und wirbelte auf seinem Drehstuhl herum. Das Bild flimmerte, verblasste und fing sich wieder. Nathaniel fluchte und beugte sich noch tiefer über die Scheibe. Es kam ihm vor, als hätte das Bild ein, zwei Sekunden übersprungen. Die beiden Männer standen jetzt näher beieinander. Der Eindringling war an den Schreibtisch getreten und der Zauberer sprach eifrig auf ihn ein. Er streckte die Hand aus, doch der Fremde deutete nur mit dem Kinn auf den Tisch. Der Zauberer nickte, zog eine Schublade auf, nahm einen Stoffbeutel heraus und leerte ihn auf die Schreibtischplatte. Bündelweise Banknoten fielen heraus. Die tiefe Stimme, die jetzt wieder aus der Bronze Scheibe dran, klang besorgt. Bitte nicht wiederhauen, aber ich wollte bloß mal Bescheid sagen, dass da so eine Art Aufpasser im Anmarsch ist. Zwei Zimmer weiter, kommt auf uns zu. Wir müssen uns verziehen, Chef, aber flotty. Nathaniel biss sich auf die Unterlippe. Bleib wo du bist, solange es geht. Ich will sehen, wofür Lovelace den Mann bezahlt und merkt ihr alles, was gesprochen wird. Ist ja dein Bier, Chef. Der Fremde schob eine behandschuhte Hand unter dem Umhang hervor und steckte die gebündelten Scheine nacheinander wieder in den Beutel. Nathaniel platzte fast vor Ungeduld. Jeden Augenblick würde sich der Kobold zurückziehen und dann war er noch immer nicht schlauer. Zum Glück war Simon Lovelace auch nicht viel geduldiger. Er streckte abermals die Hand aus, diesmal deutlich fordernder. Der Fremde nickte. Er griff in seinen Umhang und holte ein kleines Päckchen heraus. Der Zauberer riss es ihm aus der Hand und entfernte hastig die Verpackung. Jetzt ist es an der Tür. Wir hauen ab, meldete sich der Kobold zu Wort. Nathaniel konnte gerade noch sehen, wie sein Erzfeind etwas Funkelndes aus dem Einwickelpapier zog. Dann erlosch die Scheibe. Er sprach einen kurzen Befehl, worauf das Säuglingsgesicht widerstrebend erschien. War's das immer noch nicht? Ich brauch jetzt echt ein Schläfchen. Mann, oh Mann, das war vielleicht knapp. Beinahe hätte man uns kalt erwischt. Was haben Sie gesagt? Tja, also, was haben Sie gesagt? Ich hab ein paar Brocken aufgeschnappt, das schon. Aber meine Ohren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Muss mit meiner langen Knechtschaft zusammenhängen. Raus mit der Sprache! Der große Typ hat überhaupt nicht viel geredet. Hast du zufällig die roten Flecken auf seinem Umhang gesehen? Sehr verdächtig. Ketchup war das jedenfalls nicht, sagen wir's mal so. Und ziemlich frisch war's auch noch, das hat man gerochen. Was hat er bloß gesagt? Ich hab's. Das war das eine. Und dann noch erst das Geld. Ziemlich maulfaul, würde ich sagen. War's ein Dämon? Ich nehme an, dass du mit dieser unhöflichen Bezeichnung ein erhabenes Wesen vom anderen Ort meinst. Fehlanzeige ein Mensch. Und was hat der Zauberer gesagt? Der war ein bisschen mitteilsamer. Genau genommen ziemlich redselig. Hast du's? So ging's schon mal los. Dann hat er gesagt, wie hast du? Nein, lass nur. Gib mir es einfach. Er war schrecklich aufgeregt und ganz außer Puste. Dann hat er die Kohle rausgeholt. Das war alles? Um was für einen Gegenstand ging es? Hat ihn einer von beiden erwähnt? Nicht, dass ich wüsste. Hey, warte, du musst nicht gleich giftig werden. Ich mach doch alles, was du willst, oder? Als der große Typ dem anderen das Päckchen gegeben hat, hat er was gesagt. Was? Ich hätt fast nichts verstanden. So leise hat er... Was hat er gesagt? Er hat gesagt, das Amulett von Samarkand gehört Ihnen, Loveless. Ja, genau so war's. Es dauerte noch einmal fast ein halbes Jahr, bis sich Nathaniel der Sache gewachsen fühlte. Er eignete sich neue Bereiche seiner Kunst an, lernte neue, wirkungsvollere Formeln und ging jeden Morgen vor dem Unterricht schwimmen, um seine körperliche Widerstandskraft zu stärken. Es gelang ihm nicht mehr, seinen Widersacher noch einmal aus der Nähe zu beobachten. Ob man seine Anwesenheit nun bemerkt hatte oder nicht, jedenfalls kam der Kobold nie mehr so dicht heran. Egal. Nathaniel wusste genug. Als der Frühling in den Sommer überging, saß er im Garten und entwickelte und vervollkommnete seinen Plan. Er fand ihn ziemlich überzeugend. Erstens war er einfach, aber noch besser war, dass niemand ihm, dem kleinen Lehrling, etwas derartiges zutrauen würde. Underwood hatte seine Linsen erst jetzt bestellt und nur einmal beiläufig erwähnt, er dürfe sich im Winter an einer einfachen Beschwörung versuchen. In den Augen seines Meisters, seiner Lehrer und sogar in denen von Mrs. Underwood war Nathaniel ein ziemlich unbegabter Lehrling. Das kam ihm bei seinem Vorhaben gerade recht. Simon Lovelace, das Amulett zu stibitzen, war nur der Anfang, eine erste Erprobung seiner Fähigkeiten. Erst wenn das geklappt hatte, wollte er dem Verhassten eine Falle stellen. Nun musste er nur noch einen Diener finden, der den Diebstahl ausführen konnte. Ein Wesen, das listig und mächtig genug war, seinen Plan in die Tat umzusetzen, aber wiederum nicht so übermächtig, dass es für Nathaniel selbst eine Gefahr darstellte. Er war noch nicht so weit, die wirklich bedeutenden Wesenheiten zu beherrschen. Nathaniel las alles, was das Bücherregal seines Meisters zum Thema Dämonologie zu bieten hatte. Er studierte die Aufzeichnung über das Treiben der Dämonen im Lauf der Jahrtausende. Er informierte sich über die niederen Diener von Salomon, Ptolemäus. Zu guter Letzt traf er seine Wahl. Ich wusste, dass es mächtig Ärger geben würde, wenn wir wieder in der Dachkammer waren, deshalb bereitete ich mich diesmal gründlich vor. Zuerst musste ich mich für eine Gestalt entscheiden. Es musste etwas sein, das ihn so richtig aus der Fassung brachte und das schloss, so unverständlich es vielleicht klingt, meine schauerlichsten Erscheinungsformen aus. Kurzum, ich musste ihm als Mensch erscheinen. Es ist komisch, aber von einem huschenden Gespenst beleidigt oder von einer geflügelten feuerspeienden Schlange beschimpft zu werden, ist für einen abgebrühten Zauberer nur halb so ärgerlich, wie dasselbe aus dem Mund eines Wesens zu hören, das dem Äußeren anscheinend nach menschlich ist. Frag mich bitte nicht wieso. Muss was mit der Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu tun haben? Ich hielt es für das Klügste, ihm als Gleichaltriger zu erscheinen und damit unmittelbar sein Konkurrenzdenken herauszufordern. Das war nicht weiter schwierig. Ptolemäus war 14, als wir seinerzeit befreundet waren und so entschied ich mich für Ptolemäus. Dann brauchte ich mir nur noch einmal meine besten Gegenzauber ins Gedächtnis zu rufen und mich zu freuen, dass ich bald wieder nach Hause durfte. Aufmerksamen Zuhörern ist vielleicht meine optimistischere Haltung in Bezug auf den Bengel aufgefallen. Sie irren sich nicht. Warum? Weil ich jetzt seinen Geburtsnamen wusste. Mit diesem Wissen ausgestattet, war ich in der Lage, mich gegen die übelsten Angriffe des Drei-Käse-Hochs zu wehren. Hat man erst den Namen, stellt sich ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte ein, denn er kann dem Djinn im Bannkreis als eine Art Schutzschild dienen. Es ist eine der simpelsten und ältesten Talismane und da aber ich schweife ab. Ich muss allerdings zugeben, dass er sich nicht so leicht unterkriegen ließ. Kaum war er wieder in seinem Zimmer, warf er den Mantel über, hüpfte in seinen Kreis und rief mich mit lauter Stimme an. Er hätte nicht so zu schreien brauchen, denn ich krabbelte direkt neben ihm über den Fußboden. Im nächsten Augenblick erschien im benachbarten Kreis der junge Ägypter in seinen Londoner Klamotten. Ich grinste breit. Nathaniel, hmm, cooler Name, passt aber irgendwie nicht zu dir. Ich hätte auf was Durchschnittliches getippt. Bert oder Nick oder so. Der Junge war vor Wut und Angst kalkweiß und in seinen Augen flackerte Panik. Mit einiger Anstrengung bekam er sich in den Griff und setzte ein scheinheiliges Gesicht auf. Das ist nicht mein richtiger Name, den weiß nicht mal mein Meister. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Denk, was du willst, ich befehle dir nunmehr. Es war nicht zu fassen, er wollte mich schon wieder losschicken. Ich lachte ihm einfach ins Gesicht, stemmte aufsässig die Hände in die Hüften und unterbrach ihn in überheblichem Ton. Dir geht's wohl nicht gut. Ich befehle dir nunmehr, steck dir deinen Befehl sonst wohin. Der Junge bekam fast Schaum vor dem Mund, so wütend wurde er. Ob jung oder alt, dick oder dünn, der wundeste Punkt aller Magier ist ihr Stolz. Sie können es nicht ertragen, wenn man sie auslacht. Sie verabscheuen es so sehr, dass sogar die Klügsten von ihnen den Kopf verlieren und die dümmsten Fehler machen. Er stampfte wie ein Kleinkind mit dem Fuß auf und dann, genau wie ich gehofft hatte, vergaß er sich und griff zur nächstliegenden Methode. Das war natürlich mal wieder die Schraubstockformel, die Lieblingsstrafe aller Brutalos. Der methodische Schraubstock besteht aus einer Anzahl Riemen, die sich so eng um einen legen, wie die Leinwandbinden einer Mumie. Jedes Mal, wenn der Zauberer den Spruch wiederholt, zurrt er die Riemen damit fester, bis der wehrlose Djinn um Gnade winselt. Er spie den Bannfluch aus und ich spürte, wie sich die Riemen um mich legten. Nathaniel. Fast flüsternd nannte ich ihn erst beim Namen und sprach dann den entsprechenden Gegenzauber. Sofort lösten sich die Riemen, bogen sich von mir weg und trieben aus dem Kreis heraus wie die Kräuselungen auf einem Teich. Der Junge sah durch seine Linsen, wie sie sich auf ihn zubewegten. Er stieß einen schrillen Schrei aus, überwand seinen Schreck aber rasch, fand die richtigen Worte des Lösens und leierte sie eilig herunter. Die Riemen verschwanden wieder. Ich schnipste ein unsichtbares Stäubchen von meinem wäre fast nach hinten losgegangen. Hätte der Junge kurz überlegt, hätte er begriffen, was passiert war, aber dazu war er viel zu aufgebracht. Wahrscheinlich dachte er, er hätte einen Fehler gemacht und etwas Falsches gesagt. Schweratmend ging er im Geiste all seine fiesen Tricks durch, dann klatschte er in die Hände und erhob abermals seine Stimme. Etwas so Drastisches wie den aufpeitschenden Zirkel hatte ich allerdings nicht erwartet. Aus allen fünf Zacken meines Pentagramms schossen knisternd und fauchend eine leuchtende Säule aus Elektrizität. Es sah aus, als würden fünf Blitze gleichzeitig einschlagen, doch im nächsten Moment entlud sich jede Säule in einem horizontalen Strahl, der mich wie ein Speer durchbohrte. Um mich herum zuckten elektrische Bögen und ich wurde schreiend und zappelnd in die Luft gehoben, so stark war der Strom. Mit zusammengebissenen Zähnen ächzte ich Nathaniel dann wie zuvor einen Gegenzauber. Die Wirkung trat sofort ein. Der Bannfluch ließ von mir ab und ich fiel auf den Boden. Kleine Blitze schossen in alle Richtungen. Der Junge ging gerade noch rechtzeitig auf Tauchstation und warf sich auf den Bauch. Ein Stromschlag, der ihn sonst voll erwischt und garantiert umgebracht hätte, schlug in seinen Mantelzipfel ein. Andere Blitze trafen Bett und Schreibtisch, einer schlug in die Blumenvase ein und sprengte das Glas säuberlich in zwei Hälften. Die übrigen verpufften in den Wänden und sprengelten sie mit sternchenförmigen Brandflecken. Es war ein prächtiges Schauspiel. Dem Jungen war der Mantel übers Gesicht gerutscht. Langsam hob er den Ich begrüßte ihn mit fröhlich gereckten Daumen. Weiter so, sagte ich und grinste. Wenn du schön fleißig übst und solche dummen Ausrutscher vermeidest, wird aus dir eines Tages noch mal ein wasch echter Zauberer. Der Junge sagte nichts, sondern er hob sich mit schmerzverzerrten Gesicht. Aus reinem Dusel war er nicht zur Seite gesprungen, sondern hatte sich einfach fallen lassen. Deshalb stand er immer noch in seinem Schützen den Pentagramm. Mir war das egal, ich wartete einfach ab, was für einen Fehler er als nächstes begehen würde. Doch inzwischen war er wieder bei klarem Verstand. Er hielt einen Augenblick regungslos inne und überdachte seine Lage. Sieh zu, dass du mich schnell los wirst, bemerkte ich zuvor kommt. Der olle Underwood kommt bestimmt gleich nachsehen, was der Krach soll. Nein, dafür sind wir zu weit oben. Nur zwei Stockwerke. Außerdem ist er auf einem Ohr taub, er hört sowieso nie was. Aber seine bessere Hälfte? Halt die Klappe! Ich denke nach. Du hast davor zweimal etwas gemacht. Was war das? Er schnippte mit den Fingern. Mein Name, genau, du hast ihn benutzt, um meine Bannflüche abzuwehren. Zum Teufel mit dir! Ich betrachtete mit hochgezogenen Augenbrauen meine Fingernägel. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Der Junge stampfte wieder mit dem Fuß auf. Hör auf, sprich gefälligst nicht so mit mir. Wie denn? So wie eben, du redest wie ein Schuljunge. Das musst du gerade sagen. Allmählich machte mir die Sache Spaß. Ich konnte ihn wunderbar ärgern. Dass ich seinen Namen wusste, machte ihm schwer zu schaffen. Ich spürte, dass er kurz vor dem nächsten Angriff stand. Er stellte sich bereits in Positur und ich nahm eine ähnliche, aber eher verteidigungsbereite Haltung ein, etwa wie ein Sumoringer. Ptolemäus war genauso groß wie der Junge gewesen und hatte ebenfalls dunkles Haar gehabt und so weiter und auf diese Weise war das alles schön ausgewogen. Obwohl Ptolemäus natürlich wesentlich besser ausgesehen hatte. Es gelang dem Bengel jedoch sich zu beherrschen. Man sah ihm an, wie er sich fieberhaft alles, was er bis dahin gelernt hatte, ins Gedächtnis rief und nach etwas Passendem suchte. Er hatte kapiert, dass es inzwischen nicht mehr mit einer simplen Ruck-Zuck- Bestrafung getan war, denn die würde ich einfach auf ihn zurücklenken. Mir fällt schon noch was ein, murmelte er finster. Wart's ab. Hu, da krieg ich aber Angst, erwiderte ich. Guck mal, ich bimbere schon richtig. Der Junge konzentrierte sich. Er hatte riesige dunkle Ringe unter den Augen. Jeder Bandfluch kostete ihm Kraft. Mir war das gerade recht. Es soll schon Zauberer gegeben haben, die vor lauter Überanstrengung tot umgefallen sind. Die armen Kerle führen aber auch wirklich ein stressiges Leben. Er dachte ziemlich lange nach. Ich gähnte demonstrativ und ließ an meinem Handgelenk eine Uhr erscheinen, damit ich ab und zu gelangweilt draufschauen konnte. Warum fragst du nicht deinen Boss? schlug ich vor. Der hilft dir bestimmt aus der Klemme. Meinen Meister soll das ein Witz sein? Nicht den alten Trottel, den Typen, der dich auf Lovelace angesetzt hat. Der Junge zog die Stirn kraus. Da gibt es niemanden. Ich habe keinen Boss. Jetzt schaute zur Abwechslung mal ich dumm aus der Wäsche. Ich mache das aus eigenem einen anerkennenden Pfiff aus. Soll das etwa heißen, du hast mich ohne fremde Hilfe beschworen? Nicht übel. Für so einen Knirps. Meine Stimme nahm einen schmeichlerischen Tonfall an. Dann will ich dir mal einen kleinen Tipp geben. Es wäre das Beste für dich mich zu entlassen. Du brauchst dringend Ruhe. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? In Du hast schon richtige Sorgen, Feiten. So was ist gar nicht gut in deinem Alter. Nächstens kriegst du noch graue Haare. Wie soll das erst werden, wenn du deinem ersten Sukkubus begegnest? Der Ärmsten vergeht ja alles. Sukkubus, ein Djinn in verführerischer weiblicher Gestalt. Seltsamerweise bei männlichen Magiern überaus beliebt. Mir war bewusst, dass ich zu viel redete, verunsichert. Der berechnende Blick, mit dem mich der Bursche ansah, gefiel mir überhaupt nicht. Und außerdem, fuhr ich fort, wenn ich erst weg bin, weiß niemand, dass du das Abulett hast. Du kannst es ungehindert benutzen. Es ist eine echte Kostbarkeit und offenbar sind alle ganz scharf drauf. Ich bin noch nicht ganz dazugekommen, es dir zu erzählen, aber als ich mich fragend an. Was für ein Mädchen? Du kannst mich schlagen, aber ich habe keinen Schimmer. Ich erwähnte nicht, dass das Mädchen und seine Kumpane genau das getan hatten. Er zuckte die Achseln. Mich interessiert nur Simon Lovelace, murmelte er wie im Selbstgespräch. Nicht das Amulett. Lovelace hat mich gedemütigt und dafür muss er büßen. Übermäßiger Hass ist ungesund, erlaubte ich mir zu bemerken. Wieso? Äh, ich will dir mal was verraten, Dämon, fuhr er fort. Kraft meiner Magie habe ich gesehen, wie Simon Lovelace in den Besitz des Amuletts von Samarkand gekommen ist. Typisches Zauberer Geschwätz, der armer Kobold in der Brossescheibe hatte die ganze Arbeit gemacht. Vor ein paar Monaten hat ihn in mitten der Nacht ein Fremder aufgesucht. Schwarzer Bart, dunkle Haut, schmutziger Umhang. Dieser Mann hat Lovelace das Amulett gebracht. Es ging um viel Geld, es war ein konspiratives Treffen. Ich schnaubte verächtlich. Na und? So tätigen Zauberer nun mal ihre Geschäfte, weißt du das nicht? Zauberer kennen nichts Schöneres als überflüssige Geheimniskrämerei. Es war mehr als das, das konnte man an den Blicken der beiden sehen. Das Ganze hatte etwas Verbotenes, Kriminelles und außerdem hatte der fremde frische Blutflecke auf dem Umhang. Reißt mich immer noch nicht vom Hocker, Mord gehört bei euch Gangstern doch dazu. Sogar du wirst schon von Rachedurst umgetrieben, dabei bist du höchstens sechs Jahre alt. Zwölf? Egal, nein, das ist nichts Besonderes. Der Kerl mit den Blutflecken betreibt wahrscheinlich ein bekanntes Dienstleistungsunternehmen. Wenn du ein bisschen blätterst, entdeckst du ihn bestimmt in den gelben Seiten. Ich will wissen, wer er ist. Hm, schwarzer Bart und Umhang, stimmt's? Damit hätten wir den Kreis der Verdächtigen auf ungefähr 55 Prozent aller Londoner Zauberer eingeschränkt. Die weiblichen sind nicht unbedingt ausgeschlossen. Hör schon auf! Der Junge schien allmählich genug von unserem Wort geplänkelt zu haben. Was denn? Ich dachte, wir kommen gut voran. Ich weiß, dass das Amulett gestohlen wurde und dass jemand deswegen sterben musste. Wenn ich herausfinde, wer, kann ich Lovelace bloßstellen und dafür sorgen, dass er ruiniert ist. Ich benutze das Amulett als Köder, locke ihn damit an und alamiere gleichzeitig die Polizei. Dann ertappen bringen. Ich will wissen, was er zu verbergen hat, was er für Geschäfte macht, mit wem er befreundet ist, einfach alles. Ich muss herausfinden, wem das Amulett vorher gehört hat und was man damit anfangen kann. Und ich muss wissen, warum Lovelace es gestohlen hat. Und deshalb, Bartimaeus, befehle ich Das bedeutet, dass ich eine gewisse Macht über dich besitze. Jetzt sitzt du nicht mehr am längeren Hebel, Kapito. Der Junge überlegte. Du kannst mir jetzt nicht mehr einfach so wehtun, fuhr ich fort. Dein Aktionsradius, was mich betrifft, ist jetzt ziemlich eingeschränkt. Wenn du mir das nächste Mal was an den Kopf wirfst, kriegst du es postwendend zurück. Ich kann dir immer noch meinen Willen aufzwingen. Du musst meinen Befehlen nach wie vor gehorchen. Stimmt, deine Befehle sind der einzige Grund, dass ich mich überhaupt in dieser Welt aufhalte. Wenn ich nicht riskieren will, dass du ein Schrumpfffeuer auslöst, kann ich mich ihnen nicht entziehen. Schrumpfffeuer eine komplizierte Strafe, die aus 15 Bandflüchen in 5 verschiedenen Sprachen besteht. Zauberer dürfen sie nur auf jene von uns anwenden, die ihre Aufträge absichtlich falsch oder gar nicht ausführen. Der Betreffende verwandelt sich sofort in ein Häufchen Asche, wird nur im äußersten Notfall angewendet, weil die Prozedur erstens für den Zauberer selbst sehr anstrengend ist und ihn zweitens eines Sklaven beraubt. Aber ich kann dir das Leben trotzdem ganz schön zur Hölle machen. Warum sollte ich dich beispielsweise, wenn ich Simon Lovelace ausspioniere, nicht an einen anderen Zauberer verpfeifen. Das Einzige, was mich bis jetzt davon abgehalten hat, war die Angst vor den Folgen, aber das sehe ich inzwischen wesentlich gelassener. Und selbst wenn du mir ausdrücklich verbietest, dich zu verpfeifen, fällt mir bestimmt eine andere Möglichkeit ein, dir eins rein zu wirken. Ich könnte zum Beispiel ein paar guten Bekannten von mir deinen Geburtsnamen flüstern. Dann könntest du vor Angst keine Nacht mehr ruhig schlafen. Er wurde nervös, das sah man. Sein Blick irrte hierhin und dorthin, als suchte er nach einer Schwachstelle in meiner Argumentation. Ich blieb ganz ruhig. Einen Djinn, der deinen Namen kennt, mit einem Auftrag zu betrauen, ist so ähnlich, als würde man ein brennendes Streichholz in eine Feuerwerksfabrik werfen. Früher oder später muss man mit Konsequenzen rechnen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mich zu entlassen und zu hoffen, dass mich Zeit seines Lebens niemand mehr herbeizitierte. Dachte ich jedenfalls. Aber er war ein ungewöhnlich cleveres erfinderisches Bürschchen. Nein, sagte er gedehnt, wenn du mich verpfeifen willst, kann ich dich nicht daran hindern, aber ich kann dafür sorgen, dass es dir nicht besser ergeht als mir. Mal sehen. Er krante in den Taschen seines schäbigen Mantels. Da muss doch irgendwo noch... Aha! Er förderte eine kleine verbeulte Dose zutage, auf der mit verschnörkelter Schrift Lungenstolz stand. Das ist ja eine Tabakdose, rief ich aus. Weißt du nicht, Rauchen gesundheitsschädlich ist? Da ist kein Tabak mehr drin, erwiderte der Junge. Das ist eins von den Räuchergefäßen meines Meisters, randvoll mit Rosmarin. Er lüftete den Deckel einen winzigen Spalt und prompt stieg mir ein Schwall höllischen Gestanks in in die Nase bei dem mir die Haare zu Berge standen. Manche Kräuter sind für unsere ausgesprochen schädlich und dazu gehört auch Rosmarin. Folglich sind Zauberer ganz wild darauf. Mit schützendem Kräuter Rasierwasser und Kräuter Deodorant wird jede Menge Geld gemacht. Simon Lovelace zum Beispiel stank nach digitales Deo Roller. Spül es lieber aus und füll richtigen Tabak rein riet ich ihm das ist gesünder. Der Junge klappte den Deckel wieder zu. Ich erteile dir jetzt einen Auftrag verkündete er. Sobald du weg bist spreche ich einen unbeschränkten Bannzauber aus der dich in diese Dose einsperrt. Der Zauber tritt nicht sofort in Kraft sondern ich richte es so ein dass er erst in einem Monat wirksam wird. Sollte ich fest bis sie jemand eines fernen Tages wieder öffnet. Na wie gefällt dir das? Ein paar hundert Jahre in einer kleinen Rosmarin Büchse ist bestimmt prima für den Tag. Du bist eine miese kleine Ratte weißt du das? Erwiderte ich mürrisch. Und für den Fall dass du erwächst es drauf ankommen zu lassen beschwere ich die Dose mit Steinen und versenke sie heute noch Korrekt ich bin zwar ein Optimist aber ich bin nicht geisteskrank Der unbeschränkte Bannzauber ist recht eklig und eins der stärksten Druckmittel die einem Zauberer zur Verfügung stehen Wenn man Pech hat ist man jahrhundertelang in einem furchtbar engen Behälter eingesperrt der womöglich auch noch ausgesprochen peinlich ist Streichholz Schachteln Flaschen Handtaschen Ich triumphierendes Gesicht und sah dabei aus wie einer von den fiesen Jungen auf dem Spielplatz die einem beim Klickern immer die Lieblingsmurmeln abnehmen Also Bartimäus sagte er mit unverschämtem Grinsen Was hältst du davon Ich schenkte ihm ein strahlendes Lächeln Wie wär's wenn du den ganzen Quatsch vergisst und mir einfach vertraust Kommt nicht in Frage Ich gab auf Es ist aber wirklich auch ein Elend Man kann sich noch so viel Mühe geben diese Zauberer finden am Ende immer einen Dreh um einen auszutricksen Meinetwegen Nathaniel seubste ich Wie lautet mein Auftrag